Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West. Wir sind hier bei der nächsten Reliktruine, die letzte, die wir aktuell noch offen haben, und zwar die lange Küste. Das ist sie, diese Ruine. Eine Ruine der alten Welt, was wohl im Inneren ist? Ja, sicher was Schönes, aber um da hinzukommen, wird es wahrscheinlich alles andere als schön, habe ich so das Gefühl. Von daher, scannen wir doch mal, ob es irgendwas hier hat. Nein. Oder bin ich noch nicht am richtigen Ort. Das Ornament ist wo? Was ist das da? Lüftungsbedienfeld, Vorratstruhe. Ah, da hinten ist die Ruine. Wait a minute. Ist hier auch noch was? Ich gehe mal von hier gucken. Ah. Grünglanzklumpen. Vorratstruhe. Lüftungsbedienfeld. Bedienfeld. Bedienfeld. Greifpunkt. Ladeterminal. Feuerklimmer. Ach, du heilige Scheiße. Ja, hier ist einiges. Drin. Ah, 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 ah. Ich nehme mich natürlich noch mit, wenn du schon hier bist. Kleines Schweinchen. Also, das ist nicht verfügbar. Das ist schade. Aber da kann ich hoch. Machen wir das doch. Lass mal hier alles schön mitnehmen. Nehmen. Ja, das war es dann auch schon, ha? Hm. Das ist die Frage. Ah, warte, da kann ich auch hin. Okay. Hier müsste der Feuerklimmer sein, oder nicht? Oder was haben wir hier? Aha. Ah, da unten ist die Ladestation. Okay. Dann nimm mal die Energiezelle mit. So, und jetzt müssen wir noch unten gehen, meine Liebe. Ach, guck mal, es hätte auch eine Treppe gehabt. Super. Ja, pack hier rein. Wunderbar. Kann ich das jetzt benutzen? Ne. Kann ich das hier benutzen? Ah. Cool. Oh. Hoffen wir, es funktioniert auch so, wie es soll. Okay. Super, jetzt bin ich wieder hier. Perfekt. Warte mal, da kann ich hoch? Aber wie? Wahrscheinlich ist das Ding da oben, ne? Ja, das ist jetzt die ultimative Frage, hä? Ähm. Was haben wir denn hier alles noch? Lagerfeuer, das brauche ich jetzt nicht gerade. Ähm. Ah, warte mal. So. Yeah. Jetzt brauche ich aber irgendwas, wo ich hier vielleicht reinstehen kann oder so. Keine Ahnung. Äh. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Hm. Was haben wir hier sonst noch so? Der ist ja noch Feuerklimmer. Hier auf der anderen Seite. Da ist eine Kiste. Oh, damn. Das ist ja noch ein komplettes anderes Gebäude. Wie komme ich denn da rein? So. Entdeckt. Ja, da oben ist ja der Feuerklimmer. Ähm. Juhu. Oh. Bringt mir das was? Äh, nein. Gar nichts. Okay. Ähm. Da. Bringt mir das? Ja, das bringt mir was. Sehr gut. Kann ich wenigstens die Truhe blündern. Ähm. Aber sonst bringt mir das auch nichts hier. Hm. Ich frage mich, was hier... Das... Ah, lol. Da wäre ein Durchgang gewesen. Ja, perfekt. Oder? Ja. Äh, äh. Okay. Gut. Gut. Wissen wir es jetzt. Ähm. Ja, dann zeigt man ja. Also Greifpunkt, Greifpunkt. Was ist das? Ja, eine Kiste. Dschungel, Goldhorn. Was ist das denn? Goldstorn, Pfeffer. Also das Ziel ist ja natürlich irgendwie da zum Feuerklimmer zu kommen, damit ich den zerstören kann. Okay. Was ist das? Ja, zieh mal dran. Was ist passiert? Ah! Warte mal. Wo ist denn diese Schiene jetzt? Hä? Zieh nochmal dran. Komm. Nochmal. Aha. Was machst du? Ey, Louis. Oh, shit. Oh, man. Ja, mega. Ähm. Warte, hier kann ich... Da kann ich noch hoch. Was bringt mir das? Beziehungsweise bringt mir das überhaupt was. Hier kann ich klettern. Ja, machen wir mal. Na los. Hopp, hopp. So kann ich vielleicht zum Feuerklimmer rüber gehen. Oh, bitte brich nicht ab. Okay. So. Oh, guck mal. Dann entzünd mal die Kacke hier. Let's go, let's go. Äh, aber wo verstecke ich mich? Ja. Ah. Aha. Aber was bringt mir das? Ja, gar nichts, oder? Perfekt. Ähm. Dann aktivieren wir nochmal den Schalter. Ey. Der geht da nach einer Zeit wieder zurück. Oh. Wait a minute. Wait a minute. Komm, geh mal da ran. Ja, perfekt. Hä? Ähm. Ja. Ich, äh, steh grad ein bisschen auf dem Schlauch, wenn ich ehrlich bin. Geh nochmal da hoch. So. Für was war denn dieser Feuerklimmer eigentlich da? Vor allem kann ich hier, ist das da eine Plattform über mir? Ja. Hm. Muss ich mich da rüber schwingen oder so? So wie ein Tarzan? Na los. Ne, der geht funktioniert nicht. Ha. Äh. Okay. Kann ich da, kannst du da hoch? Ja, kannst du. Super. Und sonst ist hier eigentlich nichts. Vielleicht so irgendwie was? Ja, nein. Nee. Ach, scheiße. Hä? Hä? Hm. Das Problem ist, ich weiß nicht, irgendwie ist ja das Ziel, dass, äh, dass das Ding da wahrscheinlich da drüben bleibt. Oh, schön bist du hier hingekommen. Ähm, aber... Die Frage ist, kann ich das irgendwie blockieren? Geh nochmal nach drüben. Nee. I don't get it. I simply don't get it. Was übersehe ich? Ja, da ist eine Kiste, das ist ja super. Die... Ich muss ja irgendwie da hochkommen, ne? Aber wie? Ich kann hier nirgends hochklettern. Und hier ist nirgends eine Kiste. Ja, die hätten wir da, aber... Ich weiß nicht, ob die mir was bringt. Hm. Greifpunkt, Bedienfeld. Kiste. Ja, da sind natürlich schon überall Sachen, aber... Ich weiß halt auch nicht. Ich muss... Ich muss mir kurz ne kleine Hilfe suchen im, äh... Im Internet. Äh, Relikt, Ruine, die lange Küste. So. Die Ruine, die lange Küste. Ja, ja, ja. Tutorial, blablibla, blu. Äh... So, ich will nur gucken, was er gemacht hat. Wait a minute. Also, der hat da auch diesen Feuerglimmer... ...kaputt gemacht. So wie ich, den hier. Ah! Aha! Guck mal. Dafür haben wir den Feuerglimmer kaputt gemacht. So. Und jetzt kann ich hier nach drüben springen. Wow! Aha! Okay. Das hat mir eigentlich schon gereicht als Info. Also, die Kiste müssen wir sehr wahrscheinlich runternehmen. So, und jetzt? Muss ich die Kiste hier irgendwo hinpacken, ha? War das überhaupt richtig, dass ich jetzt die Kiste runtergenommen habe? Das ist die Frage. War das ne gute Idee? Ähm... Ich denk schon. Aus irgendeinem Grund wird ja da das Loch gewesen sein. Aber jetzt... Aber jetzt, äh... Wo packe ich das Ding denn hin? I mean, hier vorne bringt sie mir ja nichts, oder? Oder... Keine Ahnung. Ah! Ich hab ne Idee. Werfen wir das Ding mal ins Wasser. Und... Kann ich die rausziehen? Dann kann ich die in den einen Aufzug von drüben... ...mitnehmen. Weil dort haben wir ja ne Luke geöffnet, in dem Aufzug. So, ähm... Ja, nimm das Ding mal mit. Okay. Dann ruf mal den Aufzug. Dann warten wir mit der Kiste hier, schön. Okay. Na, komm. So, nämlich. Genau. Ja, jetzt gehen wir hoch. Und jetzt kann ich ja da, da... ...mithilfe der Kiste... ...wahrscheinlich durch die Luke gehen. Ja! Haha! Okay. Ich bin oben. Und hier, aber jetzt kann ich sie nicht erreichen. Hm. Scheiße. Ähm. Warum kannst du die nicht erreichen? Das ist natürlich doof. Ähm. Hat sie... Ah, warte mal. Zur Kante fallen lassen. Nee. Äh. Ich weiß nicht. Ähm. Scheiße! Mach ich denn jetzt? Bin gerade am überlegen... ...ob ich... ...wie ich das zum Besten mache. Kann ich da irgendwas noch wegziehen? Hm. Ist da nicht auch nochmal... Ja, da ist ja auch nochmal Feuerklimmer. What the hell? Ähm. Vielleicht hier außen durch? Ah! Okay. So. Okay. Wo bin ich jetzt? Okay. Wohin jetzt? Das ist die Frage, hä? Ähm. Das ist eine verdammt gute Frage. Wo ist denn das Ornament? Warte mal. Hä? 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 Soll ich da nach drüben gleiten? Weil da ist ja dann eine Feuerklimmer... ...und da ist eine Kiste. Die werde ich ja wohl für irgendwas... ...brauchen. So. Eine Kiste könnte nützlich sein. Ja. Natürlich kann das nützlich sein. Wir machen mal den Feuerklimmer kaputt. Und dann nehmen wir dich mit. So. Weil... Was machst du da, Aloy? Steckt was fest oder was? Ja, komm. Na los. Come on. Oh, warte mal. Hier, mitnehmen. Hahaha. Warum steckt das fest? Muss ich die vielleicht so rausziehen? Ja, das ist korrekt. Oh, jetzt hört er Sirenen bei mir. Entschuldigung. Oh, nee. Sie sitzt ja gar nicht mehr fest. So. Und jetzt muss ich die irgendwie benutzen, diese Kiste, um dann auf diesen einen Vorsprung zu kommen. Oder? Ah, das geht hier nicht rauf. Ja gut, die muss ja eh nach unten, die Kiste, oder? Ich hoffe mal, ich habe jetzt das Richtige gemacht. Dann rufen wir nochmal den Aufzug. Jetzt ist die Frage, kann ich die irgendwie aufeinander stapeln? Das ist jetzt die Frage. Wie stapel ich die Dinger aufeinander? Ähm, warte. Kann ich? Ich habe eine Idee. Ich gehe mit dem nochmal hoch. Die müssen irgendwie aufeinander gehen. Und... Dafür muss ich ja... Wahrscheinlich die Kiste hier... Ich nehme die mal raus. So. Okay. Und wenn ich jetzt nochmal runtergehe... nochmal den Aufzug hole... Dann kann ich das Ding hier reinpacken. So. Gehe mit dem Greifpunkt nach oben. Beziehungsweise mit dem Greifhaken. Und werfe das Ding einfach runter. Oder? Geht das? Ich habe es, oder? Dann scheiße, wo ist denn die zweite Kiste? Hä? Ne, wo ist denn jetzt die Kiste? Ah, warte. Ruhig mal hoch. So. Ach, hier ist sie, die Kiste. Ja, ja, ja. Da macht ja jetzt Sinn. Okay. Kletter mal drauf da. Und jetzt kannst du... Springen. Äh... Ja, geht doch. So. Springen. Und da haben wir das Ornament. Yay! Sehr gut. Dann machen wir hier noch schnell alles kaputt. War hier nicht noch Grünglanz irgendwo? Äh... Doch, da drüben. Das nehmen wir natürlich noch mit. Gut, dann gehen wir mal zum Lagerfeuer. Ich sollte mich nochmal umsehen, bevor ich gehe. Nein, nein, du musst dich nicht mehr umsehen, Eiloi. Du musst erst mal speichern. Und gucken, was wir als nächstes machen. Das Fortdauern. Ah, das ist das Nahkampfauszeichen. Ähm... Okay, dann können wir doch als nächstes, ähm... Die Quest hier machen mit Kotalo. Und zum Treffpunkt gehen. Das ist ja die einzige Nebenquest, die wir aktuell machen können. Von daher... Wir gehen morgen zum Treffpunkt. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt da hingehe, dann geht direkt die Quest los. Und ich will ja eigentlich den Bart beenden. In diesem Sinne bedanke ich mich für den Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss!